Zwei unserer Landsleute befinden sich irgendwo in Algerien in den Enden von Terroristen. Das Leben unserer Landsleute ist mehr wert als die rechtzeitige Lieferung von Kriegswaffen. Haben wir in Algerien jemanden, dem wir vertrauen können? Two German citizens get kidnapped in a government compound and Sudan doesn't know anything about it, I don't buy it. Das ist einfach nicht wahr, dass das keine Islamisten sind. Wenn es nicht die Islamisten sind, die unsere Leute haben, dem zahlen wir dann 50 Millionen Dollar? Por qui vous travaillez, mon pays? Untertitelung des ZDF, 2020